Hallo Reiterkollegen, ich freue mich euch zu diesem kurzen Video der Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Ruhs begrüßen zu dürfen. Heute geht es, wie ihr seht, um dicke Beine. Und zwar in diesem Fall waren es Kreislaufprobleme. Wodurch erkennen wir, ob ein Pferd einen Schaden hat, einen Sehnenschaden oder eine Phlegmone oder Kreislaufprobleme. Und zwar, wie es hier bei Schoko war, er hatte es auf drei Beinen. Dass ein Pferd auf drei Beinen Phlegmone hat oder einen Sehnenschaden gleichzeitig, das ist eher weniger anzunehmen. Dennoch, das erste, und ich möchte euch hier auch so ein bisschen eine Reihenfolge des Ablaufes, wie ihr dann vorgeht, geben. Das erste, was ihr macht, ist Fieber messen. Das heißt, wenn ein Pferd dicke Beine hat, zuerst mal Fieber messen. Dann, das nächste ist dann, wenn es das auf mehreren Beinen hat, dennoch mal kontrollieren, ob das Pferd lahm geht. Also rausführen, mit dem Pferd gehen. Wenn das Pferd kein Fieber hat, auch nicht lahm ist, dann, auch wenn es nur auf einem Bein dick ist, könnt ihr, das zeige ich euch dann anschließend, mit den Fingern reindrücken. Bleibt der Druck dringend, das heißt, ihr habt einen Abdruck im Bein, dann ist anzunehmen, dass es eine Wasseransammlung ist, eine Bindegewebsflüssigkeit. Das heißt, hier sammelt sich durch das Kreislaufproblem das Wasser in den Beinen. Durch Bewegung können wir das dann beseitigen. Hier können wir noch dazu auch das Pferd kühlen. Das heißt, wenn ihr das Pferd jetzt Fieber gemessen habt, in der Bewegung habt, das Pferd ist auch nicht lahm, ihr bewegt das Pferd Schritt, dann kann das Pferd durch die Belastung der Hufe, und hier bezeichnen wir die Hufe wie vier kleine Herzen. Es gibt die sogenannte Hufmechanik, darauf können wir in einem anderen Video eingehen. Das heißt, wenn das Pferd den Huf belastet, geht es hinten beim Strahl auseinander, und wenn es wieder abfußt, zieht sich der Huf zusammen, und dadurch pumpt das Pferd das Blut nach oben. Das ist eine Unterstützung für das Herz, und deswegen die vier kleinen Herzen. Darum kriegen die Pferde in der Bewegung dann das Wasser aus den Beinen. Das ist ganz wichtig. Und was wir hier noch gemacht haben, wir haben im Krattegut gegeben, das ist so ein Kreislaufmittel, das kann ich euch nur empfehlen, das könnt ihr einmal mit fünf Milliliter geben, oder, wenn es das Pferd verträgt, auch ein zweites Mal. Auch wenn das Pferd jetzt zum Beispiel eine Flekmone hätte, könnt ihr genauso vorgehen. Hier seht ihr jetzt Schokos Beine nach zwei Stunden, das heißt, nach zwei Stunden hatten wir ihn dann so weit, dass er wieder dünner war. Und worauf ihr hier noch achten könnt, damit ihr es wirklich erkennt, ob da jetzt ein Schaden an der Sehne ist, oder Wasseransammlung, ihr müsst hier diesen Abstand sehen. Das ist der Abstand zwischen Fesselträger, oberflächiger und tiefer Beugesehne, und hier Fesselträger nach vorne. Diese Mulde muss da sein, das ist der Fesselträger, das heißt, das ist kein Knochen, sondern der Fesselträger. Und das hier ist die oberflächige Beugesehne, die über die tiefe Beugesehne drüber liegt, wie so ein U-Profil, das liegt so drüber. Die könnt ihr nehmen und so nach unten abtasten. Wenn ihr hier eine Schwellung an der Sehne spüren könnt, dann hat das Pferd ein Problem an der Sehne. Ansonsten ist es nur zwischen den Sehnen eine Wasseransammlung. Und die könnt ihr durchbewegen, kühl mit dem Wasser, dann wieder runterkriegen. Und auch Kreislaufmittel wie Krategut. Hier sehen wir, hier ist es etwas gefüllter. Das heißt, da sehen wir auch noch, wenn ich reindrücke, bleibt es ein bisschen drinnen, jedoch kommt es sofort wieder raus. Das heißt, da ist noch mehr Wasser drin. Dennoch sieht man hier auch den Fesselträger. Auf dieser Seite sieht man ihn nicht mehr. Da seht ihr den Druck, wenn ich drauf drücke, bleibt es etwas drin. Jedoch sieht man den Fesselträger gar nicht mehr. Das war nach der Bewegung. Also, auch wenn das Pferd dann dünnere Beine hat, kann es sein, dass man es immer noch nicht sieht. Hier auch noch einmal. Das heißt, auch hier seht ihr, dass es noch nicht so heraus ist. Auf der Seite sieht man die Mulde wieder. Also, daran könnt ihr erkennen, ob das Pferd wirklich eine quasi Wasseransammlung hat, Bindegewebsflüssigkeit angesammelt hat oder ob das Pferd einen Schaden hat. Seht euch das Video nochmal an. Den Ablauf immer beibehalten. Also, ihr kommt in den Stall, seht, dass euer Pferd dicke Beine hat. Das Erste, was ihr macht, ist Fieber messen. Dann rausnehmen, Larmheitskontrolle. Ihr könnt mit dem Finger reindrücken, ob es drin bleibt oder nicht. Dann kühlen. Ganz ein wichtiger Faktor. Wirklich ausgiebig kühlen. Und dann auch Kreislauftropfen, wie gerade gut geben. Und wenn ihr es könnt, mit dicken Unterlagen über Nacht bandagieren. Das ist immer sehr gut, da wir hier auch das Gewebe unterstützen. Wenn euch diese Videos gefallen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Gebt uns Daumen hoch, dann kann ich es auch erkennen. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, ihn weiterleitet, weiterempfehlt. Und wenn wir auch langfristig auch mit Gesundheitsfragen zusammenarbeiten können. In diesem Sinne, viel Spaß mit euren Pferden und dass sie auch gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.